und willkommen zum sechsten Let's Play von IG. Ja, lange Zeit nicht gesehen. Ich hatte wenig Zeit wegen Schule und so. Ihr wisst das sicherlich. Ja, ähm, und hatte ja auch noch andere Let's Plays gemacht. So, ähm, wir kommen erst mal Holz. So, ähm, ja. Das ist natürlich jetzt sehr spannend. Äh, ja. Was ich erzählen kann, ja, ich hab ein neues Render-Setting gefunden. Für, ähm, Videos. Ziemlich gut. Ähm, vielleicht mache ich davon ja auch mal ein Tutorial, wie man da auf einmal wieder ein Baum. Cool. Auf jeden Fall, wie man rendert, beziehungsweise Minecraft rendert. Also bei FIFA hat's auf jeden Fall geklappt, der Quali. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Spielen aussieht und außerdem bei Minecraft. Und auch bei Minecraft. Das Spiel ist das hier nicht dunkel. An sich, eigentlich. Boah. So. Sollte erst mal reichen an Holz. So, ähm. Haben wir denn noch Glas? Ne, hier sind normale Steine und hier ist Glas. Ja, ich weiß ja. Ähm, so. Dann machen wir uns noch mal. Oh, gar keine Ordnung hier. So. Alles daraus mal Holz. Was peilen wir erst mal. Dann gucken wir hier mal. Wir sollten das Haus auf jeden Fall noch nach hinten bereit sein. Genau, das wird hier auch machen. So. Ähm, Schaufel. Genau. Ich probiere auch noch. Ähm. Das kann weg. Ist der Baum noch im Weg? Und ja, dann fälle ich ihn jetzt. So. Oh. So, Baum wird gefällt. Und fälle ich den daneben auch nochmal. Damit der uns auf jeden Fall nicht in die Fähre kommt mit dem Hausbau. So. Ähm. Oh, hier geht's ja weiter aufpassen. So, Stone haben wir noch nicht genug. Das sollten wir auch dem nochmal machen. Spitzhörker haben wir jetzt nicht dabei. Das ist natürlich praktisch. Dann machen wir erst mal den Dirt hier. Okay. Oh, das ist das halt eine ziemlich spannende Folge. Ich weiß nicht, warum ich lachen soll. Weil mir fällt jetzt gerade nichts ein. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, warum ich den Dirt hier bin. So muss das nicht sein. Ich frag mich auch, warum ich das Fenster dahin gebaut hab. Das ist total unnötig. Boom. Holt's leer. Ich brauch unbedingt mehr Stone, oder? Das Holz ist auch schon wieder gleich leer. Oh, das ist doch eine ganz betrachtliche Größe. Kann man mit Leben nicht? So, weiter geht's. Mein Bruder war kurz im Zimmer. Ähm, ja. Wir bauen jetzt hier weiter. Maus, bist du noch da? Meine Maus leckt zur Zeit. Das ist das Schlimme. Das nervt richtig. Irgendwie... Jetzt baut's hier einfach. Ah, super. Ich muss mir mal die Maus... ...muss ich da mal neue Batterien reinpacken. Mir ein Mauspad anlegen. Und dann erst richtig weitermachen. Also, das geht ja gar nicht. Kannst du auch mit Controller spielen, aber das wäre dann nicht so schnell und flüssig. Dazu zeige ich auch nochmal vielleicht ein Video, wie ich das mache. Also, mit Controller spielen. Ich denke mal, jeder hat einen Controller zu Hause, oder? Ja, ich denke schon. Ich hab's gleich gehalten durch FIFA 12. Ist außerdem auch ein sehr gutes Spiel. So. War das fertig. Müssen wir die Wand einreißen hier. Hä, warum läuft das denn jetzt so flüssig und eben nicht? Komisch. So. Dann überlegen wir mal, wo das Bett hinkommt. ...wahrscheinlich in die Ecke irgendwo. So. Ach, das... ...den ganzen Dreck einsammeln. Nein! Zwei Glas verschwindet. So, ähm... ...das war der Ofen, wo Glas drin ist. ...ähm, das war der Ofen, wo Stein drin ist. Und von Stein brauch ich mehr. Äh, ja. Äh, das sieht ja noch viel cooler aus. Packen wir das mal rein. So. Das packen wir mal so, und dann machen wir das mal raus. Äh, ja. Wir machen hiermit weiter. Gucken wir zwar nicht weit, aber... ...wass er das denn nimmt. Ähm, fackeln, genau hier. ...erst mal fackeln. So, jetzt brauch ich Steine. Dann machen wir mal die Fenster schon hier. Ähm, ja. Jetzt sind... ...mh... ...mh... ...ja, das ist natürlich toll. Ach, das ist so ein Dreierfenster sogar. ...muss ich das ja dreibreit machen. Äh, ne, ich will an den Holzblock. Naja. Und... ...das und das muss weg. ...und das und das. Dann machen wir hier nochmal so ein Dreierfenster hin. Ey, wir haben ja das Glas. Was kann man hier noch machen? So ein Zweier in die Mitte, ne? Oh ja, das machen wir dann auch nochmal. Ja, Kuh, guck mich nicht so an. Mama, das ist ein Zeichen, oder? Muhu. So. Ähm. Wir haben hier auch vier Eisen. Hier haben wir 14 Steine. Oh, Mann. Wie gibt es denn das? Habe ich hier noch eine Spitzhacke? Na, das ist natürlich toll. Sehr, sehr toll. Äh, Kobbel. Da muss ich wohl wieder bald meinen gehen. So ein Scheiß aber auch. So, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich mach jetzt zu. Zumindest was das hier oben angeht. Da ist denn ja alles da draußen. Ein Schwein. Das ist wahrscheinlich morgen tot. Naja, ich sage tschau, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Tschau.